Der Reitstall mit Atmosphäre Der Hof liegt in ruhiger Alleinlage inmitten eines unbegrenzten Ausreitgeländes. Wir bieten eine Wohlfühloase für Pferd und Reiter. Mit einer Führanlage, einem Roundpen, einer Reithalle, einem Viereck, einem Sprungplatz, zahlreichen Koppeln, einem Solarium, großen hellen Boxen und einem gemütlichen Reiterstügel. Mit einer Führung von Atmosphäre mit einer Führung von Atmosphäre Musik Wir führen den Reitstall seit 1999. Wir, das sind Ingrid Blasch, seit ihrem 15. Lebensjahr in Reitsport zu Hause, wobei der Springsport im Vordergrund stand, bis sie dann, wie man so schön sagt, der Ruf ereilte. Seitdem widmet sie sich mit ganzem Herzen dem Wohle der Menschen und der Tiere und eröffnete 1999 mit dem Schwerpunkt Therapie die Reiter vom Necklhof. Und Marion Blasch von klein auf hineingewachsen in die Reiterei und den aktiven Springsport. Ich absolvierte schon als Kind meine ersten Prüfungen und genoss in weiterer Folge die Ausbildungen zum Pferdesamariter, Übungsleiter Voltigieren, Reitwart und Lehrwart für Behindertenreiten. Bei mir steht der sportliche Aspekt im Vordergrund. Musik Das ist die vierte Galofie. Jemand. Das ist die vierte Galofie. Das ist die vierte Galofie. Die vierte Galofie. Das ist die vierte Galofie. Ein Schweizeres Chap wrapped partei mit einem muy hotlinches Schub. Das ist die vierte Galofie. Junge Rodenauk свои 춥. Kitas, wo man was. Vierter Ver accepting Pension 3-5, Untertitelung. BR 2018 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 Nun konntet ihr einen Eindruck von uns und unserem Betrieb gewinnen. Wir freuen uns jetzt schon, euch bei uns begrüßen zu dürfen. Auf der Reiterfarm Nexenhof. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018